Ein Jahr ist rum und auf diesem Kanal ist richtig viel passiert. Party Outfit! Oh mein Gott! Das fühlt sich so ein bisschen an wie in einem Horrorfilm hier. Herzlich willkommen! Wir sind Planet Panda. Obwohl der Panda bekanntlich kein Winterschlaf hält, verabschieden wir uns in die Winterpause. Achso. Wir haben viel Spaß. Das ist echt so komplex. Wir hatten viel Spaß. Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß. Und deswegen wünscht euch... Und wir... Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß und das ganze Team von Planet Panda wünscht euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Falls euch nach dem Weihnachtsessen bei Tante Erna noch langweilig sein sollte, finden wir hier oben eine Playlist mit all unseren Videos. Panda non-stop. Und wir sind ab Januar wieder für euch da. Und wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert das Glöckchen. Bis zum nächsten Video! Tschüss! Tschüss!